Guten Morgen! Will you wake up dead? In how many times? Komm, da ist ein Rollbruch! Auf geht's! Los! Was, wenn es deine Mutter wäre im Auto und sie hielt einen Stein durch ihre Brust, frischiert und du siehst sie nie wieder gegen ihn und lass sie laufen? Und was, wenn es deine Tochter da oben auf der Brücke gewesen wäre, die den Stein geworfen hätte? Dein eigenes Kind? Was denkst du, was wir mit uns machen werden, hä? Was denkst du, was wir mit uns machen werden, Mann? Der Tote ist Dozent an der Universität, er ist seit sechs Monaten verheiratet. Bei ihm zu Hause antwortet niemand, wir können seine Frau nicht finden. Wusstest du nicht, was ich tun sollte? Wusstest du nur, dass ich nicht mehr normal sein konnte? Alle erheben sich und dann verließ der Richter das Urteil. Wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, sechs Fällen. Alle erheben sich und denkst, denn... Alle erheben sich und dann verrückt. Alle erheben sich und dann direkt bei dir. Alle erheben sich und dann in den月en Sagen. Was wäre es nicht mehr wie es? Das war ich nicht, aber ich frage mir. Ich frage mich aber, wenn du auf dich. A-DIN A-DIN-A-DIN-EIN! Da gehe ich zu! Ja! Das war ich! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.